Skifahren ist also nach wie vor beliebt, gleichzeitig war die Skepsis wohl nie größer. Und darüber möchte ich jetzt mit Günther Aigner, Forscher zur Zukunft des Skitourismus, sprechen, der uns im Landesstudio Tirol zugeschaltet ist. Einen schönen Nachmittag, Herr Aigner. Hallo, schönen Nachmittag. Herr Aigner, aus Ihrer Sicht, welche Zukunft hat denn der Skisport tatsächlich ein Ablaufdatum? Nein, der Skifahren und der Skisport haben kein Ablaufdatum, weil das Skifahren und auch die winterliche Natur und Landschaft, um die es ja in erster Linie geht, das Erleben der winterlichen Natur und Landschaft, das hat eine zeitlose Faszination. Ebenso eine zeitlose Faszination hat das fast mühelose Gleiten auf Schnee. Und bergab nutzt man ja die Hangabtriebskraft, also die Schwerkraft. Und das Ganze hat eine zeitlose Faszination. Und mir hat es sehr gut gefallen in diesem Beitrag, der jetzt gekommen ist. Die Kinder haben eigentlich am besten erzählt, was diese zeitlose Faszination ausmacht. Ihrer Meinung nach, wird es denn 2050, wenn wir das Datum mal hernehmen, in Österreich Skigebiete geben und welche werden denn überleben? Auf jeden Fall werden wir 2050 nach Skifahren. Also das geht auch im Einklang mit den ÖKS-15-Klimaszenarien, also die weltweiten Klimaszenarien auf Österreich runtergebrochen und ungefähr 80 Prozent der heute bestehenden Skigebiete werden mit Hilfe der technischen Beschneiung 2050 noch ganz normal einsetzbar sein. Das sagt unter anderem auch Robert Steiger, ein renommierter Professor für Tourismus an der Universität Innsbruck. Allerdings werden einige Skigebiete in der Nähe von Ballungsräumen wegfallen, weil die erstens sehr tief liegen und am meisten von der Klimaerwärmung betroffen sind und zweitens, weil sie auch nicht an dem internationalen Skitourismusmarkt mitmischen werden. Und bei den Einheimischen, bei den Österreichern, wird das Skifahren in der Breite etwas abnehmen, weil es eben auch eine Frage der Leistbarkeit ist und eine veränderte Bevölkerungszusammensetzung, Stichwort Migration, Migration, wo der Wintersport zum Teil einfach kulturell nicht so wichtig ist. Da sind wir jetzt natürlich beim Stichwort Teuerung. Man hat ja jetzt auch gesehen, viele Menschen gehen eben trotz der Teuerung. Skifahren leisten sich das einfach. Ihrer Meinung nach könnte man sagen, wird das dann zu einem exklusiven Sport werden, das Skifahren? Ja, also ich glaube, man muss schon davon ausgehen, wenn die Preise eben auch in der Zukunft schneller ansteigen als die Löhne und Gehälter und Pensionen, dann wird das natürlich exklusiver werden. Aber ich kann Ihren Beitrag nur bestätigen, also ich spreche jeden Tag mit skitouristischen Praktikern in den Skigebieten. Die Weihnachtsferien, die zwei Weihnachtswochen waren sehr gut, sowohl in den Skigebieten als auch auf den Skihütten, ein Hüttenwirt hat zu mir gesagt über Weihnachten. Also dass sich die Leute das nicht mehr leisten können, das könne er nicht sehen. Die Leute haben sein Angebot begeistert angenommen. Wir haben also offensichtlich in den Skigebieten eine Klientel, die es sich immer noch leisten kann. Naja, dann darf man ein großes Thema natürlich nicht aussparen und das ist der Klimawandel. Sie haben vorhin schon gesagt, natürlich die Pisten müssen beschneit werden, was auch durchaus mit Skepsis betrachtet wird von vielen jungen Menschen. Beobachten Sie das auch, beziehungsweise haben Sie das Gefühl, dass man sich teilweise fast schon schämen muss, wenn man Skifahren geht? Das ist eine sehr gute Frage. Muss man sich fürs Skifahren schämen? Und ich glaube, da ist, erstens einmal kann ich die Frage nicht beantworten, weil es ist immer eine subjektive Antwort fällig. Und ich glaube, dass die Bevölkerung hier sehr zwiegespalten ist. Nämlich die Mehrzahl der Österreicherinnen und Österreicher sind nicht Skifahrer. Und da ist eher natürlich die Meinung vorherrschend für Skifahren, ja, da könnte man sich schon schämen. Aber Ihr Beitrag jetzt von der AXA Malitzum hat ja plakativ sehr schön gezeigt, die Leute, die Skifahren, die schämen sich nicht. Und ich glaube, die österreichischen Skigebiete haben einen besseren ökologischen Footprint und Fußabdruck, als es in der Breite der gesellschaftlichen Diskussion angenommen wird. Herr Eggner, ganz kurze letzte Frage. Wir könnten noch länger sprechen, aber bitte ganz kurz. Vor welchen Herausforderungen sehen Sie tatsächlich denn die Skigebiete und auch das Skifahren an sich? Drei große Herausforderungen. Erstens wird das Skifahren zum exklusiven Luxussport, wie besprochen. Das Zweite ist, haben wir in Zukunft noch Schnee und Kälte? Da schaut es gut aus. Aber die Bevölkerung glaubt nicht daran. Also die Wissenschaft ist optimistischer als die Bevölkerung. Und die dritte Sache ist das mit dem Image. Ich glaube, das Skifahren und der Skitourismus in Österreich haben ein viel schlechteres Image, als sie tatsächlich sind. Da muss man mehr positive Aufklärung leisten. Herr Eggner, vielen Dank für den Ausblick und für die Informationen. Dankeschön.